Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich hoffe, das Video sieht gut für euch aus und ich habe den ISO Wert gut eingestellt, weil auf dem kleinen Display sieht es sehr hell aus, als wenn hier offen ist, hier ist aber Chalesee runter. Wir hoffen es mal. Wir kommen wieder zu einem Odin war shoppen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, das ist jetzt aber nicht nur von dieser Woche, das ist halt von den letzten paar Wochen, weil so viel kommt da jetzt immer nicht zusammen und jetzt nicht nur was von Amazon, wir waren nämlich jetzt am, wann waren wir bei Thomas Philipps? Mittwoch? Ne, Donnerstag. Gestern, Donnerstag. Und da habe ich, haben wir einen ja vielleicht schon durch den Stream und durch den Livestream oder so mitgekriegt, ich brauche neue Töpfe, weil meine beschichteten Töpfe kaputt sind und meine Frau hat gesagt, da kann man nicht mehr mit kochen, weil das löst sich und das ist wohl irgendwie gesundheitsschädlich. Keine Ahnung. Ich jetzt weiterhin noch. So, und da habe ich jetzt einen Alu-Guss-Profi-Topf gekauft, also steht nur drauf, von Steinbringer oder so, angeblich 5 Sterne, ich glaube auch, dass das nur so drauf steht, mit Beschichtung, ich zeige euch das Ding gleich mal, 24 Zentimeter, 4,4 Liter. Ist dieser hier? Dann habe ich von Steinbringer, haben sie bei Thomas Philipps, noch den 28 Zentimeter Top geholt mit 6,8 Litern, weil ich brauchte 2 Töpfe, einen kleineren und einen großen und jetzt wünscht sich Frauchen halt noch einen 8-10 Liter Topf für Gulasch oder wenn wir dann halt mal Bauerntopf, große Mengen machen, dass es sich halt anbietet. Ich zeige euch den mal, wir machen den mal auf. Geht ja rucki zucki. Und da habe ich bezahlt. Wenn ich mich recht erinnere, für den kleinen 17 Euro, für den großen 19 Euro. Schatte Einmescher. Ist da. Weil die hatten leider bei uns nicht mehr die. Weil bei Netto haben sie öfter Töpfe, die wirklich gute Qualität haben. Oder auch beim schwarzen Netto, da sind wir aber selten, um da Punkte sammeln zu können. Da hatten sie teilweise, hatten sie letztens nämlich auch die mit dem... Hier ist auch eine Anleitung oder irgendwas, keine Ahnung und irgendwie... Teflon. Und dann sieht der halt von innen so aus. Kann man nicht sehen? Ja. Hier sind auch Plastiknoppen noch dran. Na egal. Die lassen wir mal dran. Wer weiß, wie hat die wichtig sind. Achso, die waren nur für den Deckel. Können wir mal so raus machen. So. Könnt ihr den sehen. Und so. Und... Und davon habe ich halt zwei Stück geholt. In zwei verschiedenen Größen. Josi, kannst du den mal abnehmen? Den kannst du gleich in die Küche bringen. So. Dann können wir das nämlich... Ja, den Aufkleber wegmachen. Dann kommen wir zu dem nächst großen. Größeren. Großen. Und zwar, ihr seht ja hier schon, habe ich zwei neue Katzenklos gekauft. Weil die waren da auch im Angebot. Bei Amazon kosten die jetzt, also die Formen jetzt, so um die 20 Euro. Ich hatte sie damals für 14 Euro oder so geholt. In Farbe wäre mir lieber gewesen. Aber die hatten sie nicht in Farbe. Nur in Grau. Aber na gut. Wird nämlich mal wieder Zeit für neue. So. Und zwar sehen die dann von der Form her so aus. Mit Einstieg. Unten haben sie dann halt so kleine Standfüße. Müssen wir mal gucken. Kiebt die anderen natürlich auf, falls sie jetzt hier scheiße Qualität haben. Und dann seht ihr da das Bild. Und hier haben wir dann noch... ...eine Erklärung, wie man die Klappe reinmacht oder was. Kriegen wir rein. Hier ist dann noch der Griff. Davon habe ich zwischendurch. So, jetzt müssen wir gucken. Ich denke mal, die Klappe kommt so rein. Dann machen wir das nämlich schon gleich für Josi fertig. Josi ist gerade dabei, die Katzenklos zu machen. Ne, so ist verkehrt rum. Also, die Bogen, die muss nach innen. So. Und hier so ein bisschen durchsichtiger, also ein bisschen mehr Klarsicht. Mein Anritt, was ich habe, ist so Milchglas. Mal gucken, wie die Katzen das annehmen werden. Wir sind da halt mal sehr gespannt. Ah, jetzt muss ich mal gucken, dass wir hier den Griff noch vernünftig rein kriegen. So. Bitte Josi, eins ist schon fertig. Ich mache das Zweite gleich auch noch fertig. Ins Alte? Ja. Ja, ist egal. Dann spüren wir das Alte nochmal aus, bevor er wegkommt. Mal holen. Der hat halt Not gehabt, der Karme Kater. Ja. Arme Tier. Das ist eigentlich ganz einfach, das mit der Wölbung hier, was ihr so seht, falls ihr es seht, das kommt nach innen. Ist halt jetzt, ja, für sieben Euro, ist es okay. So. Haben wir das nächste fertig. Passt das in die Lücke rein? Ja. Super. Dann können wir das nämlich auch gleich hier wegpacken. Dann können wir den anderen Topf schnell noch auspacken. Dann haben wir die Box nämlich für Müll. Könnt ihr nämlich den anderen Topf hier oben noch sehen. Passt nämlich dann alle zur Karfreier auch. Achso, heute ist Karfreitag bei uns, wo ich das Video mache. So. Die große geht auch gleich auch. Eierfärben mit. Ich bleib unten. Ich will nicht noch die Videos machen für den PS4 und PS5. Wandhalterungen. Und noch ein bisschen was mehr, wenn alles klappt. Hier haben wir dann auch wieder ein Heft mit bei. Und ein Aufkleber. Die haben, also 20 cm wäre der kleinste gewesen. Die haben nur, die haben nur drei Größen. Die haben wir auch gesehen, aber Frauchen hat gesagt, die zwei, da wäre sie schon glücklich. So. Und schon haben wir den nächsten Topf. Dann habe ich noch was bestellt, was jetzt schon länger her ist. Das ist vor zwei Monaten. Das kam aber erst Ende vorigen Monats. Und zwar noch mal die Schnellhaltung. Ich muss mich dran gewöhnen, wo ich bei der Kamera hinhalten muss. Noch mal die Schnellhalterung. Und zwar habe ich dann eins jetzt hier drauf. Also habe ich schon abgebaut. Also eins ist schon raus, ist jetzt hier drauf. Und das andere werde ich um mein Ringlicht machen. Dann kann ich das Ringlicht hier drauf machen, oben die Kamera rauf und so. Und dann bin ich halt flexibel. Dass an jeder Kamera ein Unterstück ist. An jedem Kamerafuß ein Unterstück. Bei dem Ringlicht ein Unterstück und ein Oberstück. Dann kann man das halt hier rauf machen. Und oben die Kamera rauf. Oder halt nur die Kamera rauf. Erkläre ich euch dann alle. Wie ihr das weg. Aber dann mit der alten Cam nochmal drehen. Dass ich mit der neuen Cam das machen kann. Oder ich werde es mit der neuen Cam drehen. Dass ich mit der alten das alles... Dafür halt die. Gestern bei Thomas Philips. Dann noch Pflaster. Saurier. Nee. Einhörner. Weil die Kleine beklebt sich momentan total gerne mit Pflaster. Dann, das habe ich schon im Januar bestellt. Das kam jetzt Ende Februar. Bei Amazon habe ich das bestellt. Und zwar ist das ein Nagel-Etui. Ich hatte eigentlich eine andere Farbe bestellt. Aus Versehen. Bin eigentlich ganz froh, dass sie sich da eine Farbe geirrt haben. Das war so ein Rot-Braun. Ich bin froh, dass ich ein Schwarzer gekriegt habe. Aber so wie es aussieht, geht hier schon der Knopf kaputt. Nee. Ist fest. Ist aber alles eine wacklige Angelegenheit. Ist halt hier so viel da drin. Und hier oben. Da geht es auch von zu. Check euch hier irgendwas los. Und hier ist halt Pinzetten mit bei. Und viele Fingernägel und irgendwas. Und Ohrstäbchen. Und vier verschiedene Nagelkneifer mit einer Schriege. Und drei normale. Nochmal eine Pinzette. Eine Schere. Ja, ich habe keine Ahnung, für was das meiste alles ist. Für die Fingernägel. Auch mit den komischen Kerben und so. Aber das ist mir egal. Weil meine sind immer. Meine. Ich habe. Oh Gott. Ich habe. Hier ein Nagelkneifer. Was jetzt habe ich? Ich habe das in der Herzform. Ich habe das Schwarze. Mit den Scheren. Ich habe dann das Kleine. Ich habe drei Nagelsets. Und grundsätzlich ist immer eins. Oder sind die großen nicht vollständig. Das liegt irgendwo rum. Und grundsätzlich ist immer, wenn ich eins brauche, ist gar keins da. Jetzt habe ich gehofft, dass dann halt ein bisschen mehr Auswahl. Dass ich sage, hier die Gruppen der großen. Hier neu. Das ist für dich. Komplett nutze es. Und das denn mal von meinen. Eigentlich habe ich ja drei Sets. Also eins so auf Reserve. Eins für mich. Eins für sie. Und irgendwie ist es jetzt. Hoffentlich kann sie auch mit in den Zimmer nehmen. Oder so. Keine Ahnung. Hauptsache. Hauptsache. Ich habe mal einen Nagelkneifer. Dann habe ich vor dem Monat bestellt. Ich weiß nicht mehr wann vor dem Monat. Irgendwann vor dem Monat. Also nach dem letzten Ohr, den wir shoppen waren. Irgendwann. Ein. Ceranfeldkratzer. Da sind auch hier irgendwie. Plastikklingen mit bei. Seht ihr jetzt schlecht. Und. Normale Klingen sind mit bei. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt Leute. Null. Wofür Plastikklingen sind. Mein Ceran Schaber, den ich hatte. Der war einfach mit. Mit. Normalen Metallklingen. Da kommen wir wieder zum Problem. Warum brauchst du denn. Du ein heißer Odin. Warum brauchst du denn einen neuen. Ja. Einen neuen kann ich euch ganz einfach erklären. Warum ich brauche. Einen neuen Ceran Schaber. Weil Josi. Hat den alten. Auseinander geschraubt. Um den besser putzen zu wollen. Jetzt haben wir den Ceran Schaber. Wir haben die Klinge. Wir haben das Teil. Was du oben drauf legst. Auf die Klinge. Wir haben die Schraube. Die Mutter fehlt. Und das ist irgendwie so eine komische Größe. Die habe ich nirgendwo gesehen. Und hier ist halt auch schön. Dass halt hier. Aber meine hat halt keine Schutzkappe. Hier ist halt eine Schutzkappe mit bei. Wozu das Plastikding ist. Wenn ihr das wisst. Ich habe meine Frau mir noch nicht gefragt. Kann man dann halt hier. Und das so ein bisschen ergonomisch. Macht oder so. Keine Ahnung. Plastikmüll können wir hier rauslassen. Die Zippertüte können wir hier so lassen. Dann kann ich das so im Schubfach räumen. Dann ist nämlich immer alles schön beisammen. Ich weiß echt nicht. Wofür die Plastikklingen sein sollen. Dann haben wir das. Dann habe ich bei Gamesware.at ja was bestellt. Also beim letzten Mal hatte ich ja bestellt. Was war denn das? Watch Dogs Legion. Das habe ich jetzt nicht hergeholt. Ich weiß nicht. Ich glaube das habe ich im letzten Video auch gesagt. Ich bin mir nicht sicher. Und da kam ja als Geschenk dieses Spiel mit. Von GamesFlet. Bei dem letzten was ich bestellt hatte. Sleeping Dogs. Das sind wir ja schon am Let's Playen. Auf Twitch. Link in der Videobeschreibung. Da kam kein Geschenk mit bei. Da kriege ich beim nächsten Mal ein extra zusätzliches Geschenk. Also ich kaufe ja immer mit Geschenken. Also kriege ich zwei Geschenke. Weil sie da vergessen hatten. Weil da ein bisschen Chaos war. Aber es ist kein Problem. Kriege halt beim nächsten Mal zwei. Weil ich finde das immer schön. Das ist auch dieser Karton von GamesFlet. Der sieht so aus. Da ist das Spiel drin. Beziehungsweise hier waren zwei Spiele drin. Und du weißt immer genau. Du bestellst ein Spiel. Und du bekommst dein Spiel, was du dir bestellt hast. Aber für 1,99 Euro noch eine zusätzliche Überraschung. Und wenn es nur ein kleinen Goodie ist. Das ist ja scheißegal. Mal hast du so eine Mysterybox. Du hast ein bisschen Fun. Du hast ein bisschen Überraschung. Was ist es? Was ist es? Und halt wie gesagt. Diesmal halt immer ein komplettes Spiel. Beim Mal davor. Ne. Und ein Feuerzeug war glaube ich auch mit bei. Das liegt hier irgendwo rum. Keine Ahnung. Hab Tigger letztens mitgespielt. Und beim letzten Mal war halt. Das war bei Watch Dogs. Und bei Phoenix Rising. Da war ein T-Shirt mit bei. Von The Division. In Größe M. Das hat meine große gekriegt. Hat sich natürlich gefreut. Beim nächsten Mal werde ich dann natürlich zwei. Outriders habe ich jetzt online bestellt. Ich denke mal. Ich muss mal warten. Entweder wird es jetzt Biomutanz. Was ich als nächstes mir hole. Weil ich muss aufpassen. Ich wollte jetzt eigentlich noch eins diesen Monat holen. Aber. Ich bin diesen Monat deutlich über mein Budget schon hinausgeschossen. Durch die Töpfe. Und Katzenklos. Und Sand. Ach Sand habe ich auch gekauft. 100 Kilo Sand. Für den Sandkasten von meiner Tochter. Und dann habe ich noch was. Was ich euch jetzt zeigen will. Also da bin ich ein bisschen. Weil das sollte eigentlich. Was ich euch jetzt zeige. Das sollte eigentlich. Ich habe es bei Otto bestellt. Weil es ein Toiletangebot war. Das Ding kostet überall 90 Euro. Ich habe es gekriegt für 84 Euro. Zusätzlich hatte ich 10 Euro Sparguthaben. Also zahle ich nur 74 Euro. Versand bezahle ich nicht. Weil ich Otto ab habe. Ja. Aber wie gesagt. Es war eigentlich geplant. Dass das Januar, Februar, März, April, Mai. Im Mai sollte das kommen. Und wenn es im Mai kommt. Kann ich es im Mai bezahlen. Beziehungsweise wenn es Mitte Mai kommt. Reicht auch wenn ich es Ende Mai bezahle. So habe ich mir das ausgedacht. Ihr habt eigentlich. Jetzt ist es aber nicht im Mai gekommen. Jetzt ist es jetzt schon im April gekommen. Und das habe ich ja vor dem Monat bestellt. Ende vor dem Monat. Und zwar Ringfit. Das will ich ja schon eine ganze Weile haben. Ist auch echt anstrengend, wenn man es macht. Ich mache das jetzt. Ich habe jetzt den zweiten Tag. Oder dritten. Ich weiß es nicht. Aber seit zwei Tagen mache ich es jetzt halt. Seit ich angeschlossen und ausgepackt habe. Und das Spiel halt drin gemacht habe. Mache ich das halt jeden Tag. Jeden Tag früh. Also meine Frau und meine Kleine kommen runter. Und dann. Wir stehen auf. Oder sind schon aufgestanden. Sobald wir dann alle im Wohnzimmer sind. Dann fange ich an. Das zu machen. Immer früh. Immer nachdem ich meine Blutdrucktablette genommen habe. So um 8. 8.10 Uhr rum. Ist gut anstrengend. Kann ich euch sagen. Ist sehr sehr gut anstrengend. Und ich muss auch noch gucken. Hier sind auch noch Übungen mit bei. Zum Beispiel die hier. Wo man so. Brückemäßig machen muss. Da muss ich gucken. So viel Platz habe ich gar nicht im Wohnzimmer. Da müsste ich es dann halt links nach rechts. Vorm Fernsehen machen. Müssen wir abwarten. Das kommt auf jeden Fall noch. Das werde ich aber nicht ansocken. So. Das war es. Wir sind fertig mit Odima shoppen. Der Koffer hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt. Ach nee. Wir sind noch nicht fertig. Moment. So. Ich habe noch eine Bestellung. Und zwar eine Kühltasche. Weil ich noch Amazon Guthaben hatte. Ende des Monats. Und zwar die habe ich schon mal bestellt. Zweimal. Also nicht wundern. Das hier steht zweimal gekauft. Das ist einmal die Tasche. Die ich schon habe. Und jetzt halt nochmal. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu dieser Kühltasche. Ich hoffe ja immer noch. Scheiße. Kann man nicht wirklich erkennen. Jetzt könnt ihr das erkennen. Ja. Weil ich brauche immer nicht eine neue. Erstmal geht meine alte, die blaue kaputt. Und die Katzen haben rein. Und die Katzen haben rein gemacht. Josi dann im Badezimmer die ganze Zeit rumgewuchtelt hat. Und dann hat die Tasche halt vor dem Katzenklo. Und da hat er halt nur rausgeguckt. Und dann strahl raus. Und ja. Musste man dann erstmal auch putzen. Also Badezimmer. Dann für ein paar Cent hier Batterien. Die sind schon da. Dann hatte ich Alete geholt. Das ist so ein Milchersatz, Ersatz, Zusatz, Dingsbums. Für meine Tochter. Damit sie auch ein bisschen. Weil sie isst sehr schlecht. Damit sie auch ein bisschen Kilo kommt. Hat uns der Kinderarzt empfohlen. Und davon isst Zeit nur Keks. Da habe ich 30 Stück bestellt. Ne 20. Dann habe ich. ARD Märchen. 6 auf 1 Streich. Habe ich gekauft. Staffel 5. Ne 3. 3 Staffeln sind gratis. Und die anderen kaufe ich jetzt nach und nach. Jeden Monat. Wie gesagt. Ich habe ja Amazon Guthaben bekommen. Ja. Und das war. Warte ich jetzt. Noch. Ach nee. Sticker Album. Ich habe dann noch so ein Sticker Album geholt. Und. Zwei Sticker Alben. Da müssen wir dann noch. Bei denen müssen wir Stickers holen. Oder ich schicke es zurück. Weil die nicht mit bei sind. Da habe ich mich verguckt. Bei dem Märchen Sticker Album. Da sind die Stickers mit bei. Und eine Halterung für den Anbau. Für den Anbau des Spiegels meiner Frau. Im Badezimmer. Weil die hatte den Spiegel bis jetzt. Seit sie hier wohnt. Nur. Mit Tesa Power Strips festgeklebt. Nicht ein Tesa Power Strips in jede Ecke. Nein. Mehrere Tesa Power Strips übereinander. In jeder Ecke. Damit man auf eine bestimmte Breite kommt. Weil der Kasten für Wasser ablesen. In der Mitte. Also da wo der Spiegel eigentlich ist. Kommt der heran. Ist der. Und dadurch muss man das ein bisschen nach vorne machen. Damit man halt so ein Zentimeter oder halben Zentimeter Luft hat. Und da kam mir jetzt der Spiegel entgegen. Ja und dann habe ich jetzt gesagt. Jetzt kauf ich die Scheiße und dann ist gut. Und dann haben wir Ruhe. So. Aber das war jetzt wirklich. So weit. Ich überlege noch. Ne. Es war wirklich alles. Das ist alles. Ne. Aber das kann ich nicht sagen. Weil meine Mutter guckt die Videos auch. Das kann ich euch erst im nächsten Video sagen. Also nach Ostern. Vielleicht zeige ich es kurz im Stream. Oder vielleicht. Ich weiß nicht ob jetzt nochmal ein Odiva shoppen kommt. Jetzt im April. Ich glaube eher weniger. Ich glaube eher sehr sehr wenig. Na gut. Zum Ende des Monats hin. Wenn ich wieder mein Amazon Guthaben kriege. Könnte sein, dass ich nochmal was mache. Aber vielleicht spare ich so für nächsten Monat. Weil jetzt hat der. Ich habe nächste Woche Geburtstag. Die Große hat O Geburtstag. Darf ich euch schon jetzt zeigen. Müssen wir mal gucken. Meine Frau hat ja auch bald Geburtstag. Die wünscht ich in einer neuen Handtasche. Naja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. 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 Vielen Dank.